Stabiler Mulatto jetzt! Jindo Beric, meine Freunde, heute nehmen wir ein Entweder-Oder auf. Das heißt, mir werden Fragen gestellt, das oder das, ich sag das, das oder das, ich sag das. Gecheckt, wenn ja, fangen wir an hier, ich bin heißer, heißer, ich bin heißer. Intelligenz oder Schönheit? Schönheit. Echt jetzt? Ja, safe. Was denn? Ja, okay. Mach jetzt. Apple oder Samsung? Samsung. Zitronen oder Pfirsich Eistee? Pfirsich, Pfirsich Gang. McDonalds oder Burger King? Burger King. Auto oder Fahrrad? Fahrrad ? Ich hab fast Fahrrad gesagt, aber Auto. Bier oder Wein? Bier! Ghw! Gold oder Silber? Gold. Vinghata! Er versteckt mein Gold auch. Punkte oder Streifen? Punkte oder Streifen? Kreativ oder genial? Beides so, mix. Ja, mix, das ist mix. Geniale Kreativität. Handy oder Festnetz? Handy. Afrika oder Asien? Asien. Cola oder Pepsi? Cola, natürlich, hey, warum habe ich so lange überlegt? Cola muss. Was für Pepsi? Obst oder Gemüse? Obst. Stiefel oder Snickers? Kennst du das? Angela Merkel macht auch immer so. Stiefel oder was? Oder Sneakers. Sneakers? Chinesisch oder Italienisch? Italienisch. Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr lang kein Zocken? Weiter. Keine Ahnung, das ist zu schwer. Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken? Ein Jahr lang kein Sex. Safe. Was? Ja. Ganz klar. Für immer reich oder für immer gesund? Für immer gesund. Safe. Keine Frage. Sommer oder Winter? Sommer. Wer hat Bock auf Winter? Ich sag dir jetzt einen Grund warum. Man steht morgens auf, man muss schon, keine Ahnung, man muss 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Minuten schon vorher aufstehen, man muss scheiß 10 Minuten schon aufstehen, nur damit man sich anzieht für Winter. Das ist was. Oder man muss Auto kratzen, auch schon krank. Winter ist einfach scheiße. Ja, kann ich Leute nicht verstehen, sorry. Hasse Winter. Cap oder Mütze? Cap. Sieht man ja hier. Cap besser. Außer Winter. TV oder Netflix? Netflix. TV oder Netflix? Ja, also so RTL oder nur Netflix. Fernsehmesser. Rot oder blau? Rot. Bein ab oder Arm ab? Arm ab. Na, das ist schwierig, weil ich sag mal so, zocken brauche ich die Arme für, zum Fußballspielen brauche ich die Beine. Ja, entweder oder? Hälfte, Hälfte, Hälfte. Nee, Hälfte geht nicht. Entweder den Arm ab oder ein Bein ab, ja. Ah, lass mich kurz überlegen. Was brauche ich für meinen Arm? Ja, Arm brauche ich auch Arbeit und so zur Zeit. Also dann lieber, glaube ich, Bein. Aber du weißt dich auch nicht, du kannst nicht mehr laufen gehen. Du kannst nicht mehr gehen. Ja, aber Arme, da kannst du besser mit. Du kannst es aber versuchen, ja. Na, das ist eine scheiß Frage, Mann. Nein, das ist eine gute Frage. Lieber Ei ab. Okay, mach weiter. Marken oder No-Name? Marken. Fußball oder Basketball? Fußball. Shisha oder Zigaretten? Shisha. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Horrorfilm oder Komödie? Komödie. Ketchup oder Senf? Ketchup. Ketchup. Duschen oder Badewanne? Badewanne safe. Verstehe die Frage. Die Dickfasen. Schön. Okay, zur letzten Frage. Zug oder Flugzeug? Flugzeug. Gut. Fertig? 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 Einmal, damit ihr seht, damit man hier provisorisch wegen Umzug, weil wir kein Zelt mehr und so haben. Hier, Fragen aufgeschrieben. Auf Burger Mikrofon. So, ich hoffe, es hat es fein. Haut rein. Ciao.